Kann ich eine Rente mit 63 abschaffen, die es überhaupt gar nicht gibt? Populismus und fachlicher Dilettantismus unserer Politiker. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, die Diskussion um die sogenannte Rente mit 63 nimmt ja wieder Fahrt auf. FDP-Chef Lindner, sein Generalsekretär, sein Fraktionschef der FDP, alles Männer fordern die Abschaffung der Rente mit 63. Ähnliches hört man dann auch aus der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und noch von einigen anderen mehr Arbeitgeberlobbyisten. Sogenannten Rentenexpertin, da auch mein Freund, mein Spezialfreund in Anführungsstrichen Bernd Raffelhüschchen, Professor für Ökonomie, der fordert das ja auch, meine Damen und Herren. Also ja, was soll ich denn jetzt davon halten? Das Kernproblem ist folgendes, die Menschen sind total verunsichert. Wir kriegen das jeden Tag jetzt mit, wir kriegen ganz viele Mails rein, die fragen dann an die Leute, ja, wird jetzt wirklich die Rente mit 63 abgeschafft? Kann ich denn in fünf Jahren nicht mehr in Rente gehen? Ich arbeite darauf hin. Wie sieht das mit meinen Altersteilzeitverträgen aus, die ich abgeschlossen habe? Sind die dann noch gültig oder werden die dann ungültig? Denn ich habe ja extra zum Termin, zum abschlagsfreien Rententermin die Altersteilzeit mit dem Arbeitgeber vereinbart. Was ist, wenn die FDP jetzt wirklich die Rente mit 63 abschafft? Was passiert dann mit meinen Rentenansprüchen und, und, und. Also eine totale Verunsicherung in der Bevölkerung, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ich halte es da wie der VdK-Landsverband Baden-Württemberg. Lindner hat eines schon geschafft, völlige Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Leute haben Angst um ihre Rente, die haben Angst um die Zukunft, um ihre finanzielle Zukunft und wir wissen ja alle, dass die Renten nicht wirklich hoch sind in Deutschland, ja. Und das sorgt dann auch für totale Verunsicherung und das ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste an sich eigentlich. Aber was auch schlimm ist, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem auch schon schlimm ist, das ist dieser unglaubliche Dilettantismus, dieser Populismus, dieser fachliche Unfug, der dort erzählt wird. Also deswegen kann man einfach auch nur sagen, das ist nicht fachmännisch, was dort behauptet wird, meine Damen und Herren. Ich bringe es jetzt mal auf den Punkt als Rentenberater, der natürlich auch sich für die Rechte anderer einsetzt. Eine Rente mit 63, hören Sie mir bitte alle ganz genau zu jetzt, die hat es noch nie gegeben. Und eine Rente, die es nicht gegeben hat, die kann ich nicht abschaffen. Das ist genau das Gleiche, Sie können ein Auto nicht fahren, was Sie nicht haben. Punkt. Feierabend. Rucken Sie bitte in das SGB VI rein, das Sozialgesetzbuch Nr. 6 und prüfen Sie bitte dort nach, ob es eine Rentenart gibt, die da heißt Rente mit 63. Die werden Sie dort nicht finden. Was Sie dort finden ist, eine Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit als Bedingung, Rentenbeginn, erstmals Vollendung 63. Lebensjahr oder aber zum Beispiel noch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Also der Unterschied zu langjährig, zu besonders langjährig steckt im Wort besonders. Besonders langjährig Versicherte sind die Leute, die 45 Jahre Wartezeit erreicht haben und dann zu einem bestimmten Lebensalter, was gesetzlich vorgeschrieben ist, dann erstmals in diese Rente abschlagsfrei gehen können. Meine Damen und Herren, und die Menschen, die zum Beispiel 1960 geboren worden sind, die können mit 64 Jahren und vier Kalendermonaten erstmals in diese Rente gehen, müssen aber zum Rentenbeginn 45 Jahre Wartezeit nachweisen. Ja, logische Sache. Ja, jetzt spricht der Rentenberater. Nicht arrogant, sondern ganz klar nach dem Gesetz, meine Damen und Herren. Und diese Politiker, die das behaupten, dass es eine Rente mit 63 gibt, die lügen schlicht und ergreifend. Die erzählen nicht die Wahrheit. Die betreiben billigen Populismus auf Kosten der sozial Schwachen in unserem Land. Meine Damen und Herren, das finde ich einfach, das ist ein Übel, was wir erleben in unserer allgemeinen Politik, dass wir es dort mit Leuten zu tun haben, die null Ahnung haben von dem, was sie dort sprechen. Ich, meine Damen und Herren, das Rentenrecht ist komplex. Es ist schwierig. Es ist schwer, oft schwer zu verstehen. Und wenn ich dann was dazu sage, dann muss ich mich wenigstens damit beschäftigen und kann nicht einfach ins Blaue hinein da irgendwelche Äußerungen tätigen. Ja, Herr Lindner, also bitte tun Sie mir einen Gefallen, reden Sie bitte nicht mehr von der Rente. Rente mit 63, die hat es nie gegeben und die wird es auch nicht geben, außer wir würden eine neue Rentenart gesetzlich einführen mit 63. Das Menschen also tatsächlich, dann heißt die Rente auch, Paragraf 37 meinetwegen, SGB VI, Rente mit 63. Aber in Deutschland gibt es aktuell im gesetzlichen Rentenrecht keine Rente mit 63. Also hören Sie bitte auf, von diesen Völlefants zu reden, denn es gibt so etwas einfach nicht. Ich finde es also wirklich sehr, sehr übel und wollte mich auch dazu nochmal hier positionieren und sagen, dass dieser Populismus und auch dieser Dilettantismus in unserer Politik gerade dazu führt, dass die Menschen völlig verunsichert sind und dass sie Angst haben, Angst auch um ihre wohl erworbenen Rechte und das Schlimme und jetzt kommt noch etwas anderes Schlimmes dazu ist, alle die Politiker, die heute darüber reden und die Abschaffung fordern, ich wundere mich ja sowieso, dass die CDU die Abschaffung fordert, die haben sie ja 2012 mit eingeführt, die sind davon gar nicht betroffen. Also ich weiß eins, die meisten Rentnerinnen und Rentner, die wir haben in der Altersrente, die haben irgendwo im Schnitt eine 1400, eine 1500, manchmal 1200 oder manchmal auch nur 700 monatlich Auszahlbetrag. Ein Bundestagsabgeordneter von der FDP, der ist ja von der Abschaffung der Rente, die er fordert, gar nicht betroffen, weil er kriegt nämlich nach vier Jahren Bundestag über 1000 Euro Rentenansprüche, Altersruheansprüche und das ist die Wahrheit und das ist der Populismus und das ist diese Heuchelei in unserem Land und deswegen kann ich nur sagen, brandgefährliche Diskussion, brandgefährliche Forderung, ich kann nur hoffen, dass die FDP zur Vernunft kommt, ansonsten, meine Damen und Herren, raus aus der Ampelregierung, verschwinden Sie in das Nirwana, wir können Sie als die auf Kosten, auf Kosten der sozial Schwachen, auf Kosten der Leistungsträger in diesem Land und zu dem Leistungsträger, meine Damen und Herren, von der FDP, nur mal, dass ich Ihnen die Augen öffne, gehören nicht nur die Leute, die im Jahr 100.000 oder 200.000 Euro verdienen, sondern zu den Leistungsträgern in diesem Land gehören alle, die in Deutschland arbeiten, auch diejenigen, die nur 20.000 Euro oder 15.000 Euro im Jahr verdienen, meine Damen und Herren und deshalb hören Sie bitte mit diesen Äußerungen auf, ich finde es brandgefährlich, populistisch und vor allen Dingen, es gibt überhaupt keine Rente mit 63. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de, Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.